Ja, schönen guten Tag, Herr Bundespräsident, liebe Gäste, vielen herzlichen Dank für diese Einladung und für diese Gelegenheit. Ich bin ja auch zugewandert, bin auch seit vielen Jahrzehnten Migrant, jetzt hier in Berlin, wo eine meiner Töchter auf die Welt kam, die andere in Wien und die dritte in Istanbul und dieses Thema Migration und Flucht möchte ich auch aus dieser Perspektive der Chancen und der unideologischen Debatte mit Ihnen diskutieren. Und ich möchte beginnen, also das Buch, darauf wurde schon hingewiesen, ich habe ein paar Bücher geschrieben, aber interessant ist nicht, was die Denker schreiben, sondern was die Politiker entscheiden und darum beginne ich mit dem Koalitionsvertrag der Ampel. Die Ampel hat im November 2021 einen Koalitionsvertrag geschrieben und da steht Folgendes drin, wir wollen einen Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik, wir wollen die irreguläre Migration reduzieren, die reguläre Migration ermöglichen und das alles auf der Grundlage der Menschenrechtskonvention. Das klingt gut, wer würde das nicht unterschreiben? Die Frage ist, wie man es macht. Und der Vorschlag der Ampel war, durch rechtsstaatliche Migrationsabkommen inklusive, und das steht im Koalitionsvertrag, wir wollen prüfen, ob die Feststellung eines Schutzstatuses in Ausnahmefällen unter Achtung der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Genfer Flüchtlingskonvention auch in Drittstaaten möglich ist. Darauf werde ich gleich noch zurückkommen. Das ist also der Koalitionsvertrag der Ampel. Ich glaube, nach meinem Gespräch mit vielen Politikern anderer Parteien in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen mit der CDU, habe ich den Eindruck, das wäre die Möglichkeit für einen breiten Konsens. Also, was ist passiert? 2023 hatten wir mehr irreguläre Migration als im Jahr davor in die Europäische Union. Wir hatten mehr Tote an den Außengrenzen als in den Jahren davor. Wir hatten auch mehr Asylanträge in Deutschland als im Jahr davor. Also wenn das Ziel war, irreguläre Migration zu reduzieren, die Zahl der Toten zu reduzieren und humane Grenzen zu finden, dann sind wir bis jetzt gescheitert. Was nun? Vielleicht ein Wort, weil wir hier bei einem Kongress über Städte reden. Was sind erfolgreiche Städte? Sie wissen, der Economist macht jedes Jahr eine Liste der lebenswertesten Städte der Welt. Nummer 5 war Vancouver im letzten Jahr. Nummer 4 war Sydney. Nummer 3 war Melbourne. Nummer 2 war Kopenhagen. Und bei Nummer 1, wenn Sie mir verzeihen, ein bisschen Lokalpatriotismus war Wien. Und wie Sie an meiner Sprache erkennen, bin ich in Wien aufgewachsen. Aber das Interessante an dieser Darstellung ist, was ist in Wien in den letzten 20 Jahren passiert? Ja, was heißt in den letzten 10 Jahren? Der lebenswerte Stadtindex misst die Qualität von Gesundheit, Bildung, Kultur, Infrastruktur, auch Sicherheit. In Wien, hier noch einmal die Liste, ist die Zahl der Ausländer, also nicht österreichische Staatsbürger derzeit bei 34%. Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund liegt bei fast 49%. Wien hatte im letzten Jahr, also Entschuldigung, im Jahr 2022, einen Nettozuwachs von 50.000. Das gab es, sagte mir der Wiener Vizebürgermeister bei einer Diskussion letzte Woche, das letzte Mal im Jahr 1900. Die Städte, die ich aufgezählt habe, Melbourne, Vancouver, Sydney, ja auch Kopenhagen und Wien, sind alles Städte mit enorm hoher Migration in den letzten Jahren. Trotzdem sind es die erfolgreichsten und lebenswertesten Städte der Welt. Es geht also. Österreich war, auch das ist überraschend, in den letzten Jahren, trotz eines Politikers, der so sprach wie Viktor Orban, Sebastian Kurz als Bundeskanzler, in den vier Jahren, in denen er der dominierende Politiker war, hat kein Land der Welt so viel Schutz pro Kopf vergeben, so viele positive Asylentscheidungen getroffen wie Österreich. Trotz Sebastian Kurz. Warum? Weil Österreich ein Rechtsstaat war. Und wer in Österreich ankommt, wurde behandelt, wie es die Gesetze der EU, Österreich und das internationale Recht vorsehen. Österreich vergab pro Million Einwohner und pro Jahr 1500 Mal Schutz. Wenn Sie das hochrechnen auf die EU, dann hätte die EU in diesen vier Jahren 2,8 Millionen Menschen Schutz gewährt. Diese Rekordeinwanderung macht Wien zu dem, was es immer war. Ein Schmelztiegel. Und jetzt kommen wir zu dieser Erkenntnis, dass das, was wir hier diskutieren, ja nichts Neues ist. Alle erfolgreichen Städte der Geschichte waren Einwanderungsstädte. Aber, alle Länder, die ich aufzähle, Australien, Dänemark, Kanada und Österreich, führen eine intensive Debatte, wie man Migration auch kontrollieren kann. Das ist natürlich. Denn eine unkontrollierte Migration macht Menschen Angst. Also Städte, die von der Migration leben, die wissen, dass sie sie brauchen, führen gleichzeitig eine Debatte über humane Kontrolle. Das Problem sind unsere Vorstellungen, wie wir über dieses Thema reden. Ah, darüber springe ich weg. Entschuldigung. Ja, das ist nur ganz kurz mein Hintergrund. Ich habe die letzten 20 Jahre vor allem in Ländern gelebt, in denen Zwangsmigration, also Flucht und Vertreibung, gang und gäbe waren. Vier Jahre in Bosnien und mehrere Jahre in Kosovo gearbeitet. Und habe mich viel mit der Frage von Grenzen beschäftigt. Hier an der finnisch-russischen Grenze vor einigen Jahren. Und natürlich auch mit dem Wunder von Schengen. Und das Wunder von Schengen ist für diese Debatte so wichtig, weil es gezeigt hat, dass man offene Grenzen, unsichtbare Grenzen in Europa, 16.000 Kilometer unsichtbare Schengengrenzen, nur dann erreicht, wenn die Innenminister zustimmen und die Innenminister und Innenministerinnen stimmen nur zu, wenn die Sicherheit gewährleistet ist. Also man kann Sicherheit und unsichtbare Grenzen verbinden. Und genau das brauchen wir auch in der Migrationsdebatte. 2015 haben meine Kollegen und ich einen Vorschlag gemacht, als damals, Sie erinnern sich, eine Rekordzahl von Menschen in kleine Boote gestiegen sind, aus der Türkei Richtung Griechengand. Dieser Vorschlag war, wir nannten ihn den Merkel-Plan, weil wir hofften, dass ihn die Bundeskanzlerin aufgreift. Aufgegriffen hat ihn dann dieser Mann, der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu. Dieser Vorschlag sah vor, die irreguläre, lebensgefährliche Migration über die Ägäis drastisch zu reduzieren. Warum? Unser Anreiz, dieses Papier erschien wenige Wochen nach dem Tod des kleinen Alan Kurdi. Sie erinnern sich, der Junge an der Küste von Bodo. In dem Monat, wo er starb, und es starb ja auch seine Mutter und sein anderer Bruder, sind 160 Menschen in der Ägäis ertrunken. Und wir haben gesagt, das ist absurd. Warum schauen wir zu, wie Menschen ertrinken, wenn jeder, der dann überlebt, mit offenen Armen von uns aufgenommen wird? Dann nehmen wir sie doch gleich auf und finden wir einen Weg, dass Menschen nicht mehr in die Boote steigen. Und das war unser Vorschlag. Wir sagten, die Türkei und Deutschland sollen vorangehen und sich einigen. Deutschland und andere Länder nehmen aus der Türkei Flüchtlinge auf. Die größte Fluchtkatastrophe der damaligen Zeit war die syrische. Da waren Millionen Syrer. Wir nehmen sie auf, geordnet, die sollen ins Flugzeug steigen oder ins Boot. Aber die, die irregulär kommen, nimmt die Türkei zurück, nach einem Stichtag, um die irreguläre Migration und das Sterben zu beenden. Dieser Vorschlag wurde dann von Herrn Davutoglu, dem Ministerpräsident, am 6. März in der türkischen Botschaft in Brüssel der deutschen Kanzlerin und Mark Rutte präsentiert. Daraus entstand die EU-Türkei-Erklärung. Und die Resultate waren frappant. Da sehen Sie jeden Monat, wie viele Leute in Boote gestiegen sind in der Ägäis. In den zwölf Monaten vor der EU-Türkei-Erklärung, die kam im März 2016, wenn Sie das zusammenzählen, dann kommen Sie auf eine Million Menschen. Eine Million Menschen. Nur in den zehn Wochen davor, wenn Sie das zusammenzählen, kommen Sie auf 140.000 im Winter. 140.000 Menschen. Und in dieser Zeit sind fast 400 Menschen ertrunken. In den zwölf Monaten 1100 Menschen. Die EU-Türkei-Erklärung, das Versprechen der Türkei, ab einem Stichtag Leute zurückzunehmen und das Versprechen der EU dafür, sechs Milliarden Euro für Syrer in der Türkei auszugeben, damit Kinder in die Schule gehen und legal Leute aufzunehmen, hat dazu geführt, dass die Zahl eingebrochen ist. In den zwölf Monaten danach waren es nur noch 26.000. 2,5 Prozent. Eine Presseerklärung. Kein internationaler Vertrag, keine Gesetzesänderung. Eine Presseerklärung, die das internationale Recht verspricht zu bewahren. Tatsächlich war die Idee, dass die Türkei sagt, die, die ihr zurückschickt, für die sind wir sicher. Nach einer Weile hört es auf, weil die Leute sagen, es ist sinnlos. Dafür nehmt ihr uns geordnet Leute ab. In den vier Jahren danach kamen weniger Menschen als in den drei Monaten vor dieser Erklärung. Es ist also möglich. Das war unsere Lehre. Und vieles hat nicht funktioniert. Auf den griechischen Inseln, die Zustände in den Lagern, katastrophal. Warum das so ist, habe ich in meinem Buch beschrieben. Aber es ist möglich. Irreguläre Migration, human, zu reduzieren. Human heißt, wenn man Partner hat. Partner, die bereit sind, Bedingungen zu erfüllen und Standards zu wahren. Und wenn man diesen Partnern etwas anbietet, was in deren Interesse ist. Unter anderem Hilfe bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Bei der Unterstützung von Flüchtlingen im Land. Und bei der legalen Mobilität. Die Schlüsselfrage ist, ist so etwas heute möglich, wo die irreguläre Migration und das Sterben im Mittelmeer wieder zunimmt. Was können wir daraus lernen? Und in allen Demokratien ist entscheidend, können wir dafür Mehrheiten finden. Überraschend ist allerdings, dass wir darüber sehr viel reden, aber über die wichtigste Fluchtursache in der EU immer noch nicht wirklich ein klares Gefühl haben, was uns in den nächsten Monaten oder Jahren drohen könnte. Denn die wichtigste Fluchtursache in der EU ist derzeit nicht die irreguläre Migration über das Mittelmeer, sondern sind Kriege in Europa. Auch das ist etwas, was in der Diskussion oft durcheinander gerät. Das ist eine Karte aller Kriege in Europa oder Gewalt, Bürgerkriege, Gewalt, seit dem Ende des Kalten Krieges. Es waren über 20. Das haben wir in Westeuropa nicht auf dem Schirm, weil Westeuropa eine Zone der demokratischen Stabilität war. Aber ob Transnistrien oder die Tschetschenien-Kriege oder Armenien und Aserbaidschan, Kroatien, Bosnien, Serbien, Kosovo, die Gewalt in Südostanatolien oder natürlich in der Ukraine. 14.000 Tote in einem Krieg, den keiner bemerkt hat zwischen 2014 und 2022. Kriege im Kaukasus 2020, 2023 und vielleicht in den nächsten Monaten wieder. Und die größte Flucht in Europa seit den 40er Jahren aufgrund von Putins Angriff im Februar 2022. Das war die größte Bewegung von Flüchtlingen in Europa seit den 40er Jahren. Und die Fluchtursache ist dieser Mann. Wenn wir also in die nahe Zukunft blicken, dann ist das, was unseren Städten droht, ich habe gesagt 50.000 Nettozuwanderungen in Wien, die Hälfte davon im Jahr 2022 waren Ukrainerinnen und ihre Kinder. Und was wir derzeit erleben in diesen Tagen, die Bombardierung der Infrastruktur, weil der Ukraine die Luftabwehr fehlt, ist das Versagen von Fluchtursachenbekämpfung. Denn das Ziel von Putin ist es, Millionen Ukrainer noch zu vertreiben, um den Staat und die Gesellschaft zu zerstören und um in Europa die Rechtspopulisten an die Macht zu bringen. Mit Angst vor Migration. Übrigens aus einem Stadion in Belgrad vor wenigen Monaten, die Inschrift der Fans, wenn unsere Armee in Kosovo zurückkehrt, sie sehen den Panzer, auch auf dem Balkan sind wir einem neuen Krieg, so nahe wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und ich habe vier Jahre in Sarajevo gelebt und verfolge die Situation genau. Also, wenn wir irreguläre Migration reduzieren wollen, dürfen wir die regulären Fluchtursachen in Europa, die zu viel größeren Zahlen führen werden, nicht vergessen. Fluchtursachen bekämpft man am besten und das haben wir in den letzten 30 Jahren gesehen durch die Erweiterung dieser Institutionen. In der EU gab es keine Flucht. Wer in der NATO war, wurde nicht angegriffen. Wenn wir diese Institutionen ausbauen, stärken und verteidigen, dann schaffen wir vielleicht nicht den ewigen Frieden von Kant, aber doch einen Frieden, der noch viele Generationen hält. Wenn wir aber jetzt über Migration reden, dann reden wir oft auch über irrationale Ängste und Mythen. Auch hierzu vielleicht noch etwas Kurzes. Wir reden darüber, dass wir erwarten müssen, dass in den nächsten Jahren weltweit große Zahlen von Menschen fliehen werden. Und Sie kennen die Erklärungen, Bevölkerungswachstum, Armut, Kriege, Klimawandel. Dramatische Bilder. Und diese Ängste führen dann dazu, dass manche sagen, wir müssen brutal sein an unseren Grenzen, denn sonst haben wir keine Kontrolle. Polens Ministerpräsident warnte so vor einigen Jahren, dass 50 Millionen Menschen über Belarus in die EU kommen werden und verteidigte damit die Pushbacks, die Gewalt an der polnisch-belarussischen Grenze. Das ist die Wirklichkeit. Ich nehme die Zahlen des UNHCR, der Weltflüchtlingsorganisation. Von Ende 2017 bis Ende 2021 ist die Zahl der Flüchtlinge in der Welt, für die der UNHCR zuständig ist, nur um 1,4 Millionen gewachsen. Das größte Wachstum hier sind Kinder, die in Deutschland, Libanon, Jordanien, der Türkei, Bangladesch oder Uganda auf die Welt kommen, die gar keine Grenze überschreiten. Nur ganz geringe Zahlen von Menschen gelingt es, Grenzen irregulär zu überschreiten und dann Schutzstatus zu bekommen. Der wirkliche Sprung war im Jahr 2022. Das war in Europa. Das war Putin. Das war der Krieg in der Ukraine. Von 21,3 Millionen Flüchtlingen unter UNHCR-Mandat auf fast 30 Millionen. Zum Vergleich, in vier Wochen, Entschuldigung, in drei Wochen, 2022, nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine, kamen drei Millionen ukrainische Flüchtlinge in die Europäische Union. In vier Jahren waren es in der ganzen Welt ein Wachstum von 1,4 Millionen. Auch das für die Proportionen. Also was uns wirklich als Gemeinden, als Städte vor große, enorme, historische Herausforderungen stellt, in Deutschland heute und in den nächsten Jahren vielleicht, ist vor allem diese Entwicklung. Und daher sind diese Zahlen, die Angst machen, so absurd. Ich gehe gleich darauf ein. Viktor Orban sagt, der im Wahlkampf 2018 in Ungarn, übrigens im letzten Jahr, 40 Asylanträge, weil er das Asylrecht rechtswidrig abgeschafft hat. Aber er sagt, im Jahr 2018, bis 2020, werden 30 Millionen Menschen aus Afrika nach Europa kommen. Wenn Sie eine Rekordzahl nehmen, im letzten Jahr, in den letzten Jahren, im Durchschnitt, kamen ungefähr 200.000 Menschen über das gesamte Mittelmeer, dann brauchen wir 150 Jahre, um auf diese Zahl zu kommen. Aber die Dimensionen verschieben sich. Die Menschen können damit wenig anfangen. Und daher haben wir Angst. Ein Problem ist auch unsere Sprache. Wir reden über den Begriff von Migrationsdruck. Mir ist nie ganz klar, was das bedeuten soll. Nehmen Sie Südamerika, die Bevölkerung Südamerikas hat sich verzehnfacht in den letzten 100 Jahren. Trotzdem gibt es in Chile, Brasilien, Argentinien, Uruguay, Kolumbien keinen Migrationsdruck. Und wie steht es mit der Klimamigration? Auch da gibt es sehr detaillierte Studien der Weltbank, die schätzt, die letzte Studie bis zum Jahr 2050, 216 Millionen Menschen, die wegen des Klimawandels ihre Heimat verlassen müssen. 216 Millionen, das klingt sehr viel. Allerdings sind das fast 30 Jahre. Im Vergleich, in China in den letzten 10 Jahren war die Binnenmigration 221 Millionen. Also weltweit gesehen ist das, was die Weltbank derzeit an Klimamigration vorhersagt, wird in Europa fast nicht gespürt werden. In Indien hat sich die Bevölkerung übrigens in den 30 Jahren um 600 Millionen vergrößert. Auch das spüren wir in Europa nicht. Die meisten Klimaflüchtlinge werden in ihrer Region oder sogar in ihrer Heimat bleiben. Das sagt auch die Weltbank. Aber trotzdem hindert das, die Populisten nicht uns Angst zu machen. Populisten haben aber auch Angst, weil sie das Gefühl haben, wir verlieren die Kontrolle. Und jetzt komme ich, dass trotz der geringeren Zahlen, die über das Meer kommen, Menschen sich die Frage stellen, kontrollieren wir das noch? Sie erinnern sich an das letzte Jahr, die Bilder aus Lampedusa. Da kamen in wenigen Tagen 5000 Menschen auf einer kleinen italienischen Insel an. In den letzten Wochen kamen ein paar tausend Menschen auf der kleinen kanarischen Insel El Hierro an. In den kanarischen Inseln im Atlantik. Das produziert dramatische Bilder. Es zeigt, dass wir keine Strategie haben, das zu reduzieren. Es handelte sich allerdings nur um 5000 Menschen. Nach drei Tagen waren die auf dem italienischen Festland und die Situation auf Lampedusa war gelöst. Trotzdem muss man als Politiker die Ängste ernst nehmen. Deutsche sagen uns in den Umfragen, das ist letztes Jahr, im Oktober, dass für 44% der Deutschen Migration ein wichtiges, ja das entscheidende Thema war. Und ein Grund ist natürlich auch, die Asylanträge sind hoch, historisch hoch, zusätzlich zu den ukrainischen Flüchtlingen. Hier sehen Sie übrigens, wo im letzten Jahr in Europa die Asylanträge waren. Das kleine Zypern, eine Ausnahme, darüber rede ich jetzt nicht, aber warum das so ist, das kleine Luxemburg, ansonsten Österreich, Deutschland und Griechenland. Griechenland zählt eigentlich auch nicht, weil alle die, die dort den Antrag stellen, in den allermeisten Fällen in kurzer Zeit in Deutschland einen zweiten Antrag stellen. Also weiterziehen. Der Koalitionsvertrag verspricht, irreguläre Migration reduzieren, reguläre Migration ermöglichen, keine Toten, keine Pushbacks, keine menschenunwürdige Behandlung. Aber wie soll das gehen? Selbst wenn wir anerkennen, dass die Zahlen geringer sind, als wir denken, das Problem eigentlich beherrschbar. Noch einmal, rechtsstaatliche Migrationsabkommen, was soll das sein? Wie soll das funktionieren? Wie kann das praktisch eine Lösung sein? In Deutschland stellten im letzten Jahr 352.000 Menschen einen Asylantrag. Hier sehen Sie, wer es waren. Syrer, Türken, Afghanen, Iraker. Die Georgier sind eine Ausnahme, denn die werden zu 99% abgelehnt. Das sind aussichtslose Asylanträge. Deutschland macht Georgien jetzt zu einem sicheren Herkunftsland. Die werden wohl verschwinden, so wie auch in der Schweiz und in Österreich Georgier keine Asylanträge stellen. Also das Problem ist hausgemacht. Aber bei Syrien, Türken, Afghanen, die irregulär kommen, was könnte man tun? Mit Syrien kann man nicht verhandeln, mit Afghanistan kein Migrationsabkommen schließen. Dazu kommt das, was ich Abschiebungsrealismus nenne. Alle Politiker, unter anderem er, versprechen, im großen Stil abzuschieben. Jeder Praktiker, jeder Ministerpräsident, jeder Innenminister eines Landes weiß, das geht nicht. Das Innenministerium hat übrigens bei diesem Abschiebungsverbesserungsgesetz, glaube ich so hieß es, in einer beigelegten Analyse erklärt, dass diese Änderungen zu 600 Abschiebungen mehr im Jahr führen werden. 600 im Jahr. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, im letzten Jahr 350.000 Asylanträge. Das wird man nicht wirklich spüren. Eigentlich weiß das auch jeder. Ich habe hier alle Zahlen, alle Abschiebungen aus Deutschland in den letzten Jahren. Interessant, 2016, damals gab es 25.000 Abschiebungen aus Deutschland. Wichtig, 18.000 waren in den Westbalkan. Also, wenn aus dem Westbalkan niemand mehr einen Antrag stellt, braucht man auch niemanden abschieben. Da die Westbalkan-Anträge sowieso alle abgelehnt werden, ist die kluge Strategie, die der Schweiz, Westbalkan-Asylanträge in kürzester Zeit zu behandeln. Keiner stellt mehr einen Antrag, weil sie eh nichts bringen. Dann muss man auch nicht 18.000 Leute abschieben. Interessant ist aber, Abschiebungen außerhalb Europas. Sehen Sie das? 1.500 im Jahr 2016. Im Jahr 2022 waren es 3.000. Alle Abschiebungen aus Deutschland in die ganze Welt, außerhalb Europas, ungefähr 3.000 im Jahr. Also, wenn sich das verdoppelt, dann sind wir wieder bei Horst Seehofer 2019 bei 6.000. Das wird keinen großen Unterschied in den Gemeinden machen. Hier sehen Sie es auch, Abschiebungen außerhalb Europas, im Jahr 2022 3.100. Im letzten Jahr waren es 4.000. im Ende des Jahres, das war die erste Jahreshälfte. Um das klar zu machen, wo wir Abschiebungsrealismus brauchen, es gibt in Deutschland ungefähr 12.000 ausreisepflichtige Nigerianer. Also, die haben einen Status, eine Duldung oder irgendetwas, aber keinen geregelten Status. Im ersten Halbjahr 2023 gab es nach Nigeria 122 Abschiebungen. Rechnen Sie mal aus. 12.000, 122. Wie lange wir brauchen, wenn niemand nachkommt. Es gab aber 3.000 neue Anträge von Nigerianern. Also mit Abschiebungen wird sich das Problem so nicht lösen lassen. Das verspricht keine Kontrolle. Es ist nicht heißt, dass Abschiebungen nicht notwendig sind, vor allem konzentriert auf Straftäter oder Gefährder. Aber da reden wir schon über etwas anderes. Der Fokus muss es sein, nicht so zu tun, als würden wir Tausende abschieben, die schon da sind, was uns nie gelingen wird, sondern zukünftige irreguläre Migration zu reduzieren. Dafür brauchen wir Stichtage. Und damit komme ich zurück zur Erfahrung der EU-Türkei-Erklärung. Einigungen mit Ländern, etwa Herkunftsländer, die sagen, wir nehmen jeden unserer Bürger, der jetzt nach Deutschland kommt, schnell zurück. Mit dem Ziel, dass sich das herumspricht und Menschen aus Gambia oder Senegal oder Nigeria nicht nach Deutschland kommen mit einem aussichtslosen Asylantrag. Also man einigt sich mit Gambia und sagt, wisst ihr was, die, die da sind und keine Straftäter sind, die können bleiben. Aber die, die jetzt kommen, die nehmt ihr schnell zurück. Ihr kommuniziert das. Dafür bieten wir euch legale Möglichkeiten, in den Arbeitsmarkt zu kommen für Menschen, die wir sowieso brauchen. Das wäre eine Option. Das könnte man sofort bei den Kanarischen Inseln ausprobieren. Da sterben jedes Jahr tausend oder mehr Menschen. Junge Menschen steigen in Fischerboote wie hier in Dakar, in Senegal, fahren zu den Kanarischen Inseln, wissen, sie werden nicht zurückgeschickt, weil es keine solchen Abkommen gibt, landen dann von den Kanarischen Inseln in Spanien, gehen weiter nach Frankreich, stellen oft gar keinen Asylantrag. Diese irreguläre Migration ließe sich durch kluge Abkommen sofort reduzieren. Daran müssen wir arbeiten. Also ein Moratorium, wer bleiben darf. Legale Migration und Hilfe vor Ort für Flüchtlinge und Rückführungen ab Stichtagen und für Straftäter. Das wäre eine überzeugende, realistische, umsetzbare Politik, auch für Innenminister der Länder. Und ich merke in vielen Gesprächen, auch quer durch Deutschland, dass immer mehr erkennen, dass das vielleicht die Lösung ist. Aber wir brauchen dazu auch eine Lösung mit sicheren Drittstaaten. Worum geht es hier? Sie kennen alle die berühmte und berüchtigte, zu Recht berüchtigte australische Politik. Es gibt keine Boote mehr, die nach Australien kommen. Also Australien hat die irreguläre Migration über das Meer zweimal auf Null gebracht. Einmal 2001, einmal 2013. Australien hat Abkommen geschlossen mit der kleinen Inselrepublik Nauru, die hat nur 10.000 Einwohner und der Republik Papua-Neuguinea mit der kleinen Insel Manus mit zwei Lagern. Australien hat ein paar tausend Leute hingebracht. Es hat sich herumgesprochen, ab jetzt kommt jeder, der mit dem Schiff nach Australien geht dorthin für die Asylverfahren. Keiner ist mehr gekommen. Das waren sichere Drittstaatsabkommen, die dazu führen, dass nach einer kurzen Zeit mit einem Stichtag niemand mehr in die Boote steigt, auch niemand mehr stirbt. Aber die Bedingungen in Manus und Nauru waren unzumutbar. Kein europäisches Gericht hätte es erlaubt, Leute dorthin zu bringen. Was wir brauchen, ist Australien und die Europäische Menschenrechtskonvention oder das Grundgesetz. Die Menschenwürde ist unantastbar. Aber natürlich, wenn Menschen in einen sicheren Drittstaat gebracht würden, wo die Menschenwürde gerechtfertigt und gesichert ist und wo dann Verfahren stattfinden, die den Standards des Asylrechts entsprechen, zum Beispiel durch den UNHCR, dann spricht nichts gegen sichere Drittstaatsregelungen. Und genau das ist der Unterschied zu den Abkommen, die wir in den letzten Monaten, im letzten Jahr viel zu viel darüber gehört haben. Beispielsweise mit Tunesien. Da geht es nicht um einen sicheren Drittstaat. Die Idee war, wir geben Tunesien Geld und sie stoppen die Leute selber. Irgendwie, bringen sie in die Wüste, bringen sie in die Grenze Libyens, die Leute verschwinden nicht. Das sind Abkommen, die einladen zu Menschenrechtsverletzungen. Aber Kontrolle im zentralen Mittelmeer ohne Tunesien oder Libyen wäre möglich, wenn wir sichere Drittstaaten finden. Und das war die Idee der Dänen. Dänische Sozialdemokraten haben gesagt, warum reden wir nicht mit einem Land in Afrika, das bereit ist, von sich aus Leute aufzunehmen. Dieses Land war Ruanda. Warum? Weil Ruanda bereits eine Einigung hatte mit dem UNHCR, der UN-Flüchtlingsorganisation, Leute aus Libyen aufzunehmen und der UNHCR macht in Ruanda für diese Leute, die aus Libyen hergebracht werden, die Verfahren. Seit 2019. Also UNHCR ist bereits ein, Ruanda ist bereits ein sicherer Drittstaat für die Leute, die der UNHCR dort hinbringt. Und er macht dort die Verfahren. Das Abkommen wurde gemeinsam mit der Afrikanischen Union 2019 präsentiert. Also dachten sich die Dänen, geht das nicht auch mit uns? Die Engländer haben sogar ein Abkommen geschlossen und das kam vor die englischen Gerichte. Und diese Urteile der englischen Richter sind extrem interessant, auch für Deutschland. Denn diese Urteile sagten, wenn Ruanda ein sicherer Drittstaat wäre, dann sind diese Abkommen im Einklang mit dem Flüchtlings- und Menschenrechtsschutz. Ruanda ist deswegen kein sicherer Drittstaat, weil das ruandesische nationale Asylsystem nicht glaubwürdig ist. Die machen nie Entscheidungen. Wenn aber der UNHCR die Entscheidungen treffen würde, wie für die, die aus Libyen seit 2019 nach Ruanda gebracht würden, dann hätten wir eine andere Diskussion. Das heißt, die englischen Urteile haben die englische Regierung gestoppt, weil sie gesagt haben, sichere Drittstaaten müssen wirklich nachweisbar sicher sein. Daran müssen wir arbeiten. Und das ist der Vorschlag und das baut auf auf dem, was UNHCR bereits macht. Hier der Chef von UNHCR mit dem rwandesischen Präsidenten. In ein paar Wochen fahre ich hin und habe auch noch ein Treffen mit Präsident Kagame, um zu sehen, ob Ruanda bereit wäre, die hohen Standards, auch die Kontrolle, die dafür notwendig wäre, für diejenigen, die man aus dem zentralen Mittelmeer hinbringen könnte, damit niemand mehr stirbt und niemand mehr nach Libyen zurückgebracht wird, zu erfüllen und was man anbieten müsste. Übrigens schlagen mittlerweile auch Sozialdemokraten so etwas vor. Das war im letzten Herbst. Joachim Stamp, der Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, sagt, einerseits sind sichere Drittstaaten grundsätzlich möglich, das zeigten die englischen Gerichtsentscheidungen, andererseits nicht einfach. Damit hat er recht. Und Ministerpräsident Wüst hält ausgelagerte Asylverfahren ebenfalls für möglich, wenn, so sagt er, das Flüchtlingshilfswerk UNHCR eingebunden ist. Das ist jetzt der Vorschlag, auch im CDU-Parteiprogramm, im CDU-CSU-Europa-Wahlkampfprogramm und im Programm der Europäischen Volkspartei. Also diese Debatte hat sich von dem Interview, das Hendrik Wüst gegeben hat, im September war das, letztes Jahr in der FAZ, bis heute, drastisch weiterentwickelt. Diese Lösung wird jetzt überall in Europa intensiv diskutiert. In allen Regierungen, das niederländische Parlament hat eine Mehrheit, hat sich dafür ausgesprochen. Und sogar dieser Mann hat sich dafür ausgesprochen. Dort, wo die Grünen regieren, wie in Baden-Württemberg, sagte der Ministerpräsident, hält er das für eine sinnvolle Möglichkeit, es zu prüfen. Erst vor zwei Tagen hat sein Finanzminister, ebenfalls ein Grüner, das noch einmal unterstrichen. Es gibt einen Prüfauftrag an das Innenministerium vom 6. November der Bund-Länder-Konferenz und es gab ein erstes Treffen am 22. Februar hier im BMI. Wir werden sehen, was da herauskommt. Die Europäische Volkspartei, das können Sie nicht lesen, aber hier steht nur, want to implement the concept of safe third countries in a civilized and safe way, auf eine zivilisierte und sichere Art. Aber das Wichtige ist hier, die European Convention on Human Rights, die Menschenrechtskonvention, muss gelten. Das unterscheidet diese Vorschläge von allem, was die AfD oder Rechtsextremisten und Rechtspopulisten vorschlagen. Das heißt, es sind hohe Standards. Gerichte würden es nicht zulassen, Menschen in einen Staat zu bringen, der nicht wirklich sicher ist. Unterstützung für einen Durchbruch könnten wir aber schnell erreichen, wenn wir beweisen, wie das geht. Und zwar im Ärmelkanal. Denn da verlassen derzeit jedes Jahr Zehntausende die EU mit Schmugglern, um nach Großbritannien zu gehen. Das ist total absurd. Es kommen mehr Menschen aus der EU mit Schmugglern, die wegfahren aus der EU nach Großbritannien, als aus ganz Westafrika nach Spanien. Und da sterben auch ständig Leute. Hier, 22 Menschen im November. Alle paar Wochen stirbt jemand. Was man machen könnte, ist, das Vereinigte Königreich bietet an, wir nehmen aus Deutschland oder andere Länder, die mitmachen, jedes Jahr Legalflüchtlinge auf. Wer also hier ist und ins Vereinigte Königreich will, kann sich bewerben. Aber ab einem Stichtag nimmt Deutschland jeden zurück, der ins Boot steigt. Deutschland, Dänemark, Griechenland zusammen. Dann würde nach zwei Monaten niemand mehr in die Boote steigen. Wir könnten beweisen, dass sichere Drittstaatslösungen das Sterben beenden, das Schmugglermodell beenden, Kontrolle herstellen, ohne Recht zu brechen. Das wäre wichtig für die Debatte. Den Nutzen und die Humanität solcher Abkommen zu beweisen. Denn das ist die Alternative zur inhumanen Grenze, die wir heute haben. Was nicht bewirken wird, sind Grenzkontrollen an Binnengrenzen, obwohl das in Deutschland jetzt mit großem Enthusiasmus, weil in den letzten paar Monaten die Zahlen niedriger sind als im letzten Jahr, aber höher als vor zwei Jahren. Warum wissen wir das? Weil sie ausprobiert wurden. Frankreich macht Binnengrenzkontrollen seit Jahren. Die Zahl der Asylanträge in Frankreich hat sich in den vier Jahren Binnengrenzkontrollen verdoppelt. Und Österreich macht Binnengrenzkontrollen unter Sebastian Kurz seit 2016 und hatte im Jahr 2022 nach sechs Jahren Binnengrenzkontrollen die höchsten Asylantragszahlen pro Kopf in Europa. 110.000. Es ist ja auch klar, warum. Weil eine Binnengrenzkontrolle nicht dazu führt, dass die Leute dann nicht den Asylantrag im Land stellen. Weil nach dem EU-Recht jemand, der aufgegriffen wird an der Grenze und sagt, ich will hier den Asylantrag stellen, gar nicht zurückgebracht werden darf. Also, das wird bei den Binnengrenzkontrollen nicht dazu gesagt. Wenn man einen Asylantrag stellen will, wird das nicht gestoppt. Und damit schließe ich schon mit einer realistischen Vision für die nächsten Jahre. Die echte Sorge, die wir uns machen müssten, wären Flüchtlinge in Europa. Große Zahlen aufgrund der Kriege, die wir sehen. Die irreguläre Migration über das Mittelmeer ist geringer, als sie ist. Aber sie macht Angst und sie ist unmenschlich und sie führt zu tausenden Toten im Jahr. Und wir sollten sie stoppen. Aber wir sollten sie stoppen, ohne unsere Werte zu opfern. Wie geht das? Indem wir uns dahinter setzen, einige sichere Drittstaaten zu überzeugen. Mit Angeboten. Angebote wie mehr Mobilität, Visafreiheit, Stipendien, legale Arbeitsmigration, Aufnahme von Flüchtlingen. Dinge, die es attraktiv machen, zu kooperieren. Und damit zu zeigen, mit dem Ziel Null Tote im Mittelmeer, dass wir nicht wieder 3.000 Tote haben wie im letzten Jahr, sondern möglichst wenig. 28.000 Menschen sind im Mittelmeer gestorben in den letzten 10 Jahren. Das zahlen wir aus einem Krieg. Das sollte uns nicht ruhen lassen, eine Lösung zu finden. Im letzten Jahr über 3.000. Und wir könnten uns an Kanada orientieren. Einige der lebenswertesten Städte der Welt waren in Kanada, Vancouver. Kanada hat eine kontrollierte Migrationspolitik. Wer irregulär kommt, wird in einen sicheren Drittstaat zurückgeschickt. Wer regulär kommt, und das ist eine große Zahl, Kanada plant jedes Jahr mit einer halben Million Migranten, bei einer Bevölkerung von 38 Millionen Einwohnern. Also 1,5 Millionen in drei Jahren. Kanada ist aber auch führend bei den Kontingenten für Schutzsuchende. Seit 1979, das war die Bürgermeisterin von Ottawa, nimmt Kanada jedes Jahr Tausende, ja derzeit 50.000 im Jahr Flüchtlinge legal auf. Männer, Frauen und Kinder, die ohne ihr Leben zu riskieren, ohne sich schmuggeln, anzuvertrauen müssen, nach Kanada gebracht werden und vom ersten Tag an wissen, sie können sich integrieren. Das wäre die humane Alternative zum derzeitigen darwinistischen und tödlichen System, das wir in Europa haben. Und Deutschland und andere Länder, die legale Mobilität brauchen, könnten auch etwas anbieten, nämlich legale Arbeitsmigration. Warum bieten wir nicht an, wenn Menschen Dinge lernen vor Ort und wir unterstützen das, die wir auch brauchen, die dann auch etwas verdienen können, die nicht am Schwarzmarkt oder in Italien, in Rom irgendwelche Plastikkolosseen verkaufen müssen an die Touristen und sich vor den Polizisten verstecken. Warum bieten wir nicht an, dass Leute eine Ausbildung vor Ort machen können und dann legal kommen können und dafür nimmt Senegal die, die in die Boote steigen, ab einem Stichtag zurück. Ja, und wenn Sie die Zahlen und mehr dazu wollen, dann finden Sie das in meinen Büchern und ich bedanke mich herzlich auch auf unserer Webseite, es sind Kapitel dazu. Ja, vielen herzlichen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.